Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lerne Deutsch mit Melanie. In diesem Video geht es um das Thema Farben. Hier lernt ihr nicht nur die wichtigsten Farben kennen, sondern ich zeige euch auch die korrekte Aussprache auf Deutsch. Viel Spaß beim Schauen! Die erste Farbe ist gelb, gelb. Die nächste Farbe ist orange, orange. Die Blätter hier sind rosa, rosa. Und das ist lila, lila. Das Blatt ist hellgrün, hellgrün. Und diese Blätter sind dunkelgrün, dunkelgrün. Hier haben wir die Farbe hellblau, hellblau. Und hier sehen wir dunkelblau, dunkelblau. Und hier haben wir dunkelbraun, dunkelbraun. Die Katze ist schwarz, schwarz. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das hier bei mir wanb cha zu mir. Bis zum nächsten Mal. b